Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mr. Weibel. In der letzten Folge haben wir das kleine Banditenlager-Hops genommen. Und ich würde sagen, heute machen wir was einfaches. Und zwar... Ja, was machen wir? Was machen wir? Einrichtungsgegenstände brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Ich suche eigentlich was ganz Bestimmtes. Den Generator könnte man sogar herstellen. Ähm, das da. Ne. Stopp. Das? Nein. Das? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hallo? Was will ich mit einem Dock-Tag? Ich will einen Hühnerstall haben. Mehr nicht? Ach, hier. Äh... Äh... Da ist er! Das kleine Hühnchen-Stellchen. Ähm... Wo stellt man den hin? Wo stellen wir dich denn hin? Ich würde sagen... Hier. Oder? Na, wir stellen dich mal hier hin. So... Ja, genau so. Und so. Das Blatt sammeln wir vorher noch auf. Wir brauchen 15 Bräder, 15 Komponenten, 20 Blätter. Ernsthaft? Ich darf schon wieder Blätter sammeln? Äh... Acht... Und... 15... So... Nägel haben wir mehr als genug. Ich brauche noch Holzbretter. Fünf... Sechs... Sieben. Schön! Äh... Hier. Acht... Vier und... Acht. Ähm... Ich brauche eine Säge. Ich brauche eine Säge. Äh... Die da. Für mich selber herstellen. Acht... Viert... Ne... Ach, Mann. Das sind genau 15 Stück. Nein! Nein! Geht weg! Scheiße! Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh... Fuck! Leck mich fett, ey! Ich habe das gar nicht mitgekriegt hier! Scheiße, ey! Das wäre in die Hose gegangen. Liegt hier noch irgendwo einer rum? Ja, dort, ey! Aber die haben nichts. Warum? Da liegt noch einer. Ich hoffe, der hat mal was ordentliches. Der hat irrenix, der Arsch. Boah, holy dat wäre in die Hose gegangen. Ja, Blätter suchen. 20 Stück brauche ich. Äh... Da liegt noch einer. Der hat auch nichts. Das sind ein paar Arschgeigen. Ich brauche Blätter. Ich brauche Blätter. gibt es wieder nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Die angeschlagenen Bäume. Geil. Äh... Ich habe jetzt auch keine wirkliche Lust, die ganze Zeit Blätter zu suchen. Wir müssen ja dann auch noch auf Fühnchenjagd gehen. Und es wird auch bald wieder Nacht. Und es wird auch bald wieder Nacht. Und es wird auch noch mal wieder... Na ja, ein bisschen was gut gemacht. Äh... Eins... Zwei... Drei... Blatt... Vier... Na, jetzt haben wir doch... Wie viel haben wir jetzt? Ähm... Elf. Wir brauchen noch neun. Noch eins. Brauchen wir noch acht. Tuttuttutt... achte ich weiß auch nicht ob ich noch im haus welche habt wir haben es jetzt das gibt es muss so langsam hause es wird gleich nacht und da kommen wieder besucher das möchte man ja auch nicht ja wir gehen erst mal ganz kurz hier rein holen uns natürlich auch gleich erst mal was zu essen bzw essen und trinken ach dunkel ist es noch nicht wir können auch gucken ob wir blätter haben nein nein da haben wir noch zehn blätter so ich schlafe sowieso keine neun stunden noch mal sechs stunden schlafen bitte ja ich sterbe gleich essen trinken was hilft dagegen antibiotika haben wir antibiotika split one so ähm genau wir wollten das hier fertig bauen ach du ja wir gehen erst looten 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 hier liegen gleich von drei an der zahl hat nix hat nix hat nix da hinten liegen noch mal zwei aber wo kommen denn die alle her hier gibt es doch gar keine menschen mehr wenn das die banditen wären dann werden die schlange ausgerottet äh das werden ja immer mehr holy das wird echt immer mehr hier mit denen also langsam kriege ich ein bisschen angst ähm wir brauchen einen hammer 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 nicht äh hammer war da drin ich überlege grad kann ich den nicht noch ein bisschen gebaut hab ich ihn ja noch nicht ähm wir holen das mal ein stückchen näher ans häuschen sicherheitshalber so und bauen wie lange braucht das drei stunden ja gut das ist der halbe tag wieder rum und wir haben unser hühner stall jetzt brauchen wir bloß noch ein hühnchen oder zwei und können wir so lassen äh ja ich weiß nicht was hier los ist irgendwie das will nicht so wirklich heilen und ich auch nicht aber gut auch irgendwie sind auch irgendwann wieder heile äh die nägel hä hergeben rein hier stöcker kommen hier rein äh blätter hat man hier drinnen und die federn wo hat man die hier keine ahnung ich schmeiß die hier mit rein äh so 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 ich brauche munition hier hier äh das revolver munition das hier war für die 9mm gott allerdings ich müsste hier vielleicht doch noch was bauen damit das hühnchen nicht abhaut äh äh das ist eine tür okay äh äh so stick und komponenten mehr brauche ich nicht okay mä äh äh das da das da das da und das da wir machen erst einmal sieben stippen äh äh so das hammer jetzt brauchen wir den eingang der eingang kommt dahin ja da brauchen wir noch ein paar stöckchen äh eins und sechs machen wir mal so eingang ist fertig und ja muss reichen kann ich hier nicht auch rüberspringen ja geht auch muss ich den eingang nicht benutzen äh das einmal dahin dann dann einmal oh okay hätte nicht gedacht dass das so einfach geht und connectet äh mach mal so und einmal drehen okay so damit unsere hühnchen nicht ab hauun uuuhh es wird neblig immer noch immer noch immer noch immer noch immer noch scheiße haha Ja Ja Fuck You lost items will be Ja Was haben wir verloren Ah, nicht zu viel Scheiße, hab ich mich erschrocken Scheiße Das war's mit der Folge Den Rest machen wir in der nächsten Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr einen Daumen nach oben Da lasst Kommentare da Ich hoffe wir sehen uns Im nächsten Video Bis dann bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye